Okay, ich habe hier den Klaus Bischoff von den Sportfreunden Katernberg. Katernberg führt gerade 4-2 gegen Delmo. Es sieht so aus, als ob Katernberg gewinnen würde. Und Klaus hat seine Partie gewonnen. Klaus, erzähl mal so ein bisschen was zu deiner Partie. Das war ein verdammt knappes Match. Eigentlich ein Match, das man gewinnen muss. Es ist jetzt eigentlich knapper, als wenn es lieb gewesen ist. Und bei meiner Partie war es so, ich hatte sehr schnell eine sehr gute Stellung und habe die dann eigentlich wirklich nachlässig behandelt. Also zwischendurch war ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt noch großen Vorteil habe. Aber dann nach der Zeitkontrolle gab es doch noch so einen Trick im Torwartspiel und es hat gerade noch funktioniert. Ich bin trotzdem mit der Partie nicht sehr zufrieden, weil es wirklich, ich glaube, das war eine klar gewonnene Stellung. Und ich hätte ihm einfach gar nicht mehr so viele Chancen lassen dürfen, wie es gewonnen hat. Der Kampf war jetzt im Endeffekt doch ein bisschen knapper vielleicht als erwartet, oder? Der Kampf, das Imperfekt ist gar nicht richtig. Der Kampf läuft, also noch haben wir ihn gar nicht gewonnen. Aber ich hoffe mal, dass einer der beiden Laufenden eben seine Partie noch in mir hat. Okay Klaus, danke dir. Nix zu danken.